Musik Genau, kommen doch mit, zeig doch gerne mal mein Team, was wir machen sind. Als erstes haben wir Bettina, sie ist am Erbschen. Dominik, der am Fischzweig machen ist und noch etwas am Schnausen. Dann gehen wir weiter mit dem Manu. Er ist am Ehrenschwemmchen, die wir morgen brauchen für einen Hauptgang. Dann ist Traume, der gerade am Fingerfoodabwege genießt, die einzelnen Sachen. Ihr seht hier schön auf dem Tablet die einzelnen Zutaten, die wir haben. Alles schön mit Namen, Datum und allem beschrieben. Dann haben wir die schlankere Edition des Zwillingsbrütsch. Von Norman Joubert, unser Romain im Team, das wir haben. Genau, er ist gerade um Sachen abwägen. Der Jean-Michel widmen wir unseren Patissier. Und zusammen mit dem Steven Dous. Wir sind am Mise-Place kontrollieren. Mit dem Rezepten durchschauen. Damit wir alles haben und am Abhögeln. Dass wir wirklich nichts vergessen. Unser Team, die Junor-Hochmannschaft ist sehr fokussiert. Wir können ausschlafen. Wir sind zu 8 Stunden Schlaf gekommen. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Wir werden morgen komplett ins Wissen sehen, das wir aufs Tellen bringen. Wir möchten die Schweiz heraus tragen. Die Vielfalt der Produkte, die Qualität der Produkte. Das möchte man zeigen. Wir möchten vielführende Sachen machen. Moderne Sachen natürlich. Zu viel möchte ich an dieser Stelle eigentlich nicht verraten. Aber wir werden bestimmt sehen, was wir machen möchten. Und welchen Folgen wir damit erzielen können.